Ich kann ja nur erraten, Männer. Lukas, geht's jetzt wieder bei dir? Ist es besser, oder? Ja! Oh, deutlich besser. Ist du noch besser? Oh, Porno gleich. Es reicht. Sag mal so. Hä, ich find deinen Namen gar nicht in der Mitspielerliste. What the fuck? Danke! Küken, warum killst du deinen eigenen Liebhaber? Ach, da ist er. Sagt nichts. Küken ist AFK. Oh, wow. Der Küken hat gerade ready gemacht. Dann ist das Küken wahrscheinlich auch mit Zaun. Warum hämmern jetzt meine Nachbarn? Excuse me. Warum fangen die jetzt an zu hämmern? Ende süß, sauer. Ah, cool da. Meine Nachbarn hämmern einfach. Hä? Anforderung. Ach, ich muss auf die Farbe auch gucken. Ich verstehe nicht. Schwarz ist nicht erlaubt. Es ist... Ich... Ich bin eine dumme... Hä? Wie geht das? Aha. Oh. Der war aber richtig los jetzt. Ich war los. Nein. Huh. Ich hatte einen Leck. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Und nicht umbringen. Ich habe die Leiche von Strohhalm gefunden in Friseur. Wer war da alles mit oben? Also ich habe Dextro gesehen, dass er von rechts Marker Zeglost lief. Ich bin bei der Polizei Woche. Ja, ich war Bank. Also gerade war Strohhalm und Samel zusammen. Und ich bin da dran hergelaufen und da war Strohhalm noch am Leben. Samel ist weggelaufen. Jetzt werde ich skeptisch. Nubi, was hast du getan? Oh. Ich frage mich, was Ducky gemacht hat. Schlimm. Weil ich bin von euch beiden weggegangen. Da war Strohhalm noch... Und ich bin von euch beiden weggegangen, genau. Also ich war in der Bank und habe da Geld abgehoben. Und dann bin ich oben im Friseurhof bezüglich Bank. Also meine Aufgabe. Ja, warte denn. Und dann lag da eine Leiche. Ich habe nichts gemacht. Wie? Ich habe Ruckler gegangen in die Zeit im Game. Du, Herr Schmink, er war doch ganz weit weg. Hallo, wir haben uns alle mal aufgeteilt. Samel ist reingegangen. Ich mach auf, es gibt nicht. Ich bin nach links hinweg. Ich glaube, Samel ist ein bisschen sass, wenn er da unten mit ihm rumgelaufen ist worden. Samel ist vielleicht der Dumido. Er kriegt dann meine Aufgabe gemacht. Ja, ja. Am Würzel. Hey Leute, das war falsch. Ab in Knasch mit ihr, du böse Buche. Ihr habt den Fall schnell gelocht. Ich war's nicht. Alles meins, 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 meins. Lass mir ruhig. Ich muss meine Aufgabe machen. Ja, will ich auch machen. Bei mir leckt das Game ohne Ende, ey. Das ist zum Kotzen. Meins, meins, meins. Meins, meins, meins. Ach, ich muss echt da rein. Meins, meins, meins. Meins, meins. Samel ist gerade gewinnt. Nee. Ich weiß nicht. Was ist los? Ich weiß nicht. Ich hab den Fall schnell eingeloggt. Was zum Fick, ihr blöden Pisser. Guten Tag. Also, um das jetzt mal zu erklären. Ich stand gerade beim Polizisten. Auf einmal hat sich mein Bildschirm verändert, weil ich bin Avenger. Wenn ich sehe, dass jemanden tötet, kann ich da auch einen Raum töten. Ich habe gesehen, Schminker hat Snoopy gekillt und ich hab Schminker gerade weggemacht als Avenger. Ja. Event. Avenger. Also. Ich weiß nicht. Ich glaub das ist das. Also. Nein. Ich hab's. Ich hab Stroheim wirklich nicht getötet. Der scheiß Pisser. So. Aber eben im Verdacht waren Snoopy. Solche scheiß Lügner. Mich einfach umbringen. Puh. Könnte ich auch sein. Das war im Kanadier, aber. Ducky sind in meiner Beobachtung gestanden. Ja. Ich hab doch gerade gesagt, dass Schminker ist Snoopy gekillt. Also von daher. Ich denk mal Schminker war Wächter und. Ich hab Schminker dann nämlich gekillt, sonst wird die Runde vorbei. Oh. Die sich rauswerfen, das können die sich abschminkern. Oh. Das ist gut. Oh. Die ist zwei Sekunden wieder da. Ihr seid. Scheiß. Scheiß. Bin ich gut. Das war Kacke. Aber. Wie hast du. Wie hast du jetzt. Ähm. Snoopy killen können? Ich hab den nicht gekillt. Das war Pentragon. Aber der hatte Snoopy. Ey. Ich hab niemanden gekillt. Wie konnte. Hey. Hey. Bei mir ist das so angezeigt worden. Keine Ahnung. Ich hab. Lucky. Wem hast du es killt? Ich hab nix gemacht. Das Gute war aber, dass ich als erstes gekillt wurde bin. Ich hab mir gerade einen schönen Soppie-Eis holen können. Was? Also haben wir die Mappen. Also haben wir gerade einen Vorteil. Machen wir mal eine andere Mappen nehmen. Ich bin's wenig Arsch. Ja bitte. Bin gerade am Schopfen. Ja. Nimm mal an. Ja. Wow. Hä? Ja. Ja. Der Maßgeber hat die Karte zum Malalalalalala. Folgen. Meine Nachbarn hämmern. Meine Nachbarn hämmern halt instant wirklich. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Ey was hämmern die? Na über mir. Hämmern die da Zeug in die Wand rein. Hämmern die da Zeug in die Wand rein. Das Maulhalle in zwei Stunden ist Ruhepause. In zwei Stunden ist Ruhepause. Ja. Schau mal was ich mal gekauft hab. Oh Gott. Hey Schmink. Ha. Hat verkauft. Wow. Ja. Was ne Mofi. Da. Hatte pups. Habte pups. Ich kann nicht pupsen. Der Ekeler. Auf F. Drück F. Du musst. Ja ich hab die Tasten geändert. Das müsste auch bei mir auf C liegen. Ja leise aber tödliche Furze muss äh darf kein Haken drin sein. Der Haken muss raus. Raus muss raus. Ja der Haken darf nicht da sein. Also ich kann auf F pupsen. Ich bin also so stolz auf dich dass du das schaffst. Let's go. Ich kann pupsen. Haken. Wer war das? Queen. Wie geht's dir? Wie geht's der Hand im Moment? Ich hab zuvor schon gefragt wie es dir geht aber wie geht's dir jetzt? Aktuell. Wer hat da einfach angehubt. So. Oh ich darf schon wieder die Kissen hier vergenusswurzeln. Nicht umbringen! Ahhhh. Will nicht sterben. Hat's geholfen? Jo. Nicht umbringen. Lieb sein. Hier ist grad keine Aufgabe. was ist los wir mitlaufen oder ich würde ich seid ihr alle behindert ich kann halt nicht mal er drücken ich auch nicht hallo es hat einfach neben uns in der mitte stroheim zerrissen er hatte ne bumm in der hand oder so ich hab ihr stroheim irgendwie zerfetzt ich hab so aus dem leben genommen der ist explodiert und der konnte nicht ich hab Strom irgendwie explodieren lassen keine ahnung wie aber ich hab's gemacht irgendwie ich hab einfach Bombe entdeckt und ich weiß nicht warum ich hab grad gesagt dass du auf Bombe drucken kannst drückt drauf und auf einer Stroheim weg Bombenstimmung hier sorry stroheim hans wuchst war es weil der ist ein Bombenleger ja ist toll der hat halt einfach zerrissen hallo ah ich hör schon wieder niemanden das ist so scheiße hallo oh fuck dieses game disconnect what the fuck oh scheiße alle haben immer den disconnect alle haben immer den disconnect danke queen wow for the win ich verstehe das ganze game jetzt nicht mehr ich verstehe das ganze game jetzt nicht mehr ich verstehe halt gar nichts mehr ihn hat es halt zerrissen dann disconnect was ist hier eigentlich los was ist hier in diesem spiel also jedes mal nach dem update solche probleme klar ist es schade aber ich hab halt kein among us also ich glaub ich hab's aber ich hab among us nicht runtergeladen das ist das ding nie gelten wir haben hier lauter diskodex das ist so kotzen ich glaube aber das ist vielleicht wirklich nur den deutschen server nicht bei kuse kuse ah ich muss hier rumlaufen das game macht halt so mega spaß aktuell werden dann nicht diese ständigen disconnects regt mich einfach persönlich auch auf naja morgen ist ja auch nur ein paar megabyte groß bastante das wenn ich Alma sag ich Oh ne, nein, Snoopy, Snoopy, du bist ein Arschloch, Hilfe, Snoopy, ihr wollt mich gerade in die Luft jagen, Pümmel, Alter, also das mit diesem Sprengmeister habe ich ja mal gar nicht verstanden, ja, da hat Strom in die Luft gesprengt, Strom hat einfach fupp gemacht, war klasse, hä, wo ist der Rest, das Game ist ein bisschen buggy, Warum kann jetzt ich an Strohham eine Bomben geben, obwohl der Snoopy Bombmeister ist? Ja, pass auf, der Snoopy verteilt die Bombe an jemanden und du kannst hingehen, wenn du die Bombe hast, du hast ja dann unten den Timer, du kannst die Bombe an jemand anderen weitergeben, damit du nicht stirbst. Und das ist dann halt nur Scheiße, wenn der Timer bei dir auf zwei Sekunden ist. Ich bin Vigilante gewesen Ich laufe an Snoopy Vorbei und denke mir noch Töte ich ihn? Töte ich ihn nicht? Nee komm, lässt ihn am Leben In dem Moment hat er mir echt die Bombe gegeben Der Drecksack Das Geile war Stroharm sagt dann auch so Auf die Frage Ob er uns töten will Und auf einmal ist er explodiert Die Queen hat zum Glück einen Clip gemacht Den müssen wir uns dann auch angucken Naja, wahrscheinlich warst du diejenige Die sich am meisten gefreut hat Äh, nö So Snoopy, du hast die Lobby, drück Start Ach, er ist so gut Er ist so gut Mir ist so heiß Mir ist so heiß Ich schwitze Ah, wo kann ich denn hier eine Aufgabe machen Mö, mö, mö Mö, 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 mö Ich hab zwar jetzt den Kanadier erwischt Ja, ich habe Snoopy gerade getötet Ich bin Wächter Ich musste mich einfach für die Bombe rächen Spinnst du Ihr könnt mich auch gerne raus... Könnt ihr gerne machen, bin ich cool mit. Hauptsache, ich konnte mich für die Bombe rächen. Für die freche Bombe. Sass. Und sagt ihr, glauben wir es ihm oder nicht? Strohhalm hat gesehen, dass ich ihn weggemacht habe. Strohhalm stand nur ein paar Meter weiter. Ich habe nur gesehen oder nur gehört, du, ich muss mit der Rede und auf einmal ging Alarmglocke an. Kann aber natürlich sein, wer sagt, dass er wirklich ein Wächter ist. Aber wenn der Strohhalm einfach auf die Tür schaut... Leute, ich sage euch direkt, es hat auf jeden Fall automatisch reported, also wird es irgendwie auf jeden Fall Kanadier gewesen sein. Alle haben übersprungen. Warum ich? Immer dieser eine Quoten-Strohhalm. Einfach Prophylaktisch. Oh, ist das gut. Es ist sehr gut. Mit Ausrufezeichen S kommen die übrigens zum Discord. Ich wünsche euch viel Spaß. Falls er reinkommt. Ah. Es ist so gut. Es ist einfach... Ich liebe diese Chaos-Truppe. Es ist unglaublich. Was mache ich hier jetzt? Toll, jetzt habe ich auch noch... Alle gegen mich hier. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe dich nicht gebotet. Ich war unschuldig. Ey. Mika. Nee, du bringt... Ey. Schst. Nee. 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 Hilfe. ich stelle mal nach schminker schminker worte von strohhalm ich bin in die ecke und schrei panisch nein mit uns war noch jemand ich habe gerade ich habe das licht angemacht und darauf da habe ich dann die bombe gehört ich habe dir die bombe nicht gegeben ich habe es nur ich habe mir die bombe gegeben bei der 15 sekunden zeit ich habe dir die bombe nicht gegeben also ich habe eine bombe bekommen durch bei schminker und strohhalm vorbei ich war es nicht die strohhalm kam zu mir und machte pscht pscht ich hör es nur klicken und bin in die ecke gelaufen auf am macht wupp ich bin es nicht ach leck mir die lust konnte ich war das nicht ich habe es nicht er wollte mir die bombe anscheinend aufdrücken also schminker schminker pscht und zwei minuten später bub bin weggelaufen habe geschehen zwei minuten auch noch ja ja zeitgefühl bei frauen ist so wie bei männer die größe vom dödel abschätzen alter ich mach gleich disconnect ihr könnt mich mal also ich glaube ich bin ja 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 willkommen unter den roten alle ist ja alle bekloppt wer war es jetzt warum ja ich bin ja war die schminker war die schminker war die schminker war küken verteilt halt die bombe das blöde ist halt ich habe halt die bombe wieder bei zwei sekunden gehabt weiß so ja geil halt nichts mehr machen die schminker war die schminker war es leckt mich ich höre ihn nicht danke für die information dacli dauer rauschen von dacli ja das sind sehr gute information auf jeden fall also ich bin nicht so viel schlauer geworden auf der situation man hört dich nicht dacli er schreibt aber ich weiß ich glaube er schreibt ja penta was ist mit penta penta mörder oder was ich war nicht mal in der nähe von penta weil bombe nicht mal in der nähe also kann irgendwie nicht funktionieren war direkt bei hans ich habe die runde halt nicht eingesehen ich glaube das ist dacli er hatte die der hatte die bombe noch von vorhin der hatte die bombe noch von der runde davor geht das das war falsch das war fail ich höre euch nicht ich höre euch nicht da la 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 das weiße in guse guse da la 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 dann so nicht wow Es ist Küken. Küken hat mir gerade eine Bombe angeheftet. Du hast mir gerade eine Bombe angeheftet. Du warst gerade bei mir und jetzt gerade eben hat der Dings angefangen. Der Timer. Du hast mir eine Bombe angeheftet. Es ist Küken. Ducky, wir können Küken wählen. Ducky glaubt nicht, er hat die mir gegeben. die ente geht schwimmen am arsch am arsch anbringt euch selber um zwei ich hab nur wissen quitt ne jetzt sind wir kundschnurier schönen Tag schminker ja ja ist okay ist ja die schminkgabe aber das ist mies wenn du die Bombe weiterhin hältst wenn du die mit zwei schminkgaben bekommst der Lukas hat sie verpfiffst die wollten sie gerade den Lukas geben ich sehe leider nicht was im chat abgeht twitch ist momentan ein bisschen broken was chat und co angeht also es tut mir leid ich sehe nicht immer was wer was gespielt hat oder gemacht hat twitch ist aktuell wirklich bis die putti putti weil die eine neue charity funktion auch eingebaut haben und deswegen funktioniert der twitch chat nicht so 100% twitch ist kaputt gerade aktuell das ist das gestern konnten ja voll viele auch nicht streamen habe ich den instastore ist mit bekommen war ganz interessant ja wenn du mich jetzt ist so nervig weil ich mach doch gerade das mit dem ist ja wie schön die wir killen weiß ich nicht mal besser diese musikbox horror einfach horror nicht umbringen ich hab gar nichts also die leiche lag der ist der raum westflügel roheim da kam der panisch war mir vorbeigedackelt wie ich die uhr gefixt habe im flur ich war gerade in der ecke die uhr abstauben du bist an mir vorbeigezischt das weiß ich sogar ich habe nämlich gesehen wie er da hingegangen ist du bist der dodo wer hat mich gewollt ihr analplugs ohne scheiß wer war das wer war dieser ich muss sie aufschütteln du schüttelst da gar nichts da kriegst du echt klickmuskeln bei dem spiel wenn er dreimal hintereinander die kissen aufschütteln muss oh jetzt haben wir gleich die hellen willst du mich verarschen ich mach die kerzen an und der strom fällt aus wo macht man denn den strom wieder an wie geht denn das hallo hallo ist es so da hat wer das licht ausgemacht und dann ist der dodo von mir klingt ich kann für schminker bürgen ja aber ich habe dich bestand in der ecke gehört und ich habe auch das schachbrett sauber gemacht dir mal das snoopi um mich herum renne gsehe im dunkel schnuppi du hast mich jedes mal gerufen und bist mir hinterher gelaufen schnuppi weil ich es zur rede stelle wollte vorhin aber irgendwie hast du gedacht dass ich dich mein obwohl ich dich nicht gemeint habe und trotzdem war irgendwie also keine ahnung werden jetzt habt ihr mich komplett verwirrt sammel sagt die ganze zeit überhaupt nichts macht mich auch kirre entschuldige wenn da jemand am reden ist ich lasse die leute halt gerne ausreden lassen das mache ich schon immer dass die leute ausreden lassen penis außer ich werde beschuldigt dann versuche ich mich zu verteidigen dann fang an jeder auf jeden gewalt erst mal kurz echt nett er war eigentlich ein boot jetzt bei mir die ist das irgendwie random er ist auch ein küken nur mal so also surprise ich habe seit ein hässchen tot wusste es das haben wir warum Strohhalm sagt, Strohhalm weiter noch zu mir, wenn du das Füßen umbringst, ich sag nix, ich hab nix gesehen, ich hab mich dann einfach in Strohhalm geworft und bin da lang gelaufen, oh ihr seid hinterfurzige Kleine, was ist denn der Kaube schon wieder, aber surprise, ich hab ja nicht einmal gewusst, dass er böse ist, also, ich war eigentlich noch sasch, ähm, Pitchen, Pitchen muss innerhalb von einer Runde, also, sprich, muss der einfach mal alle anhusten, Wenn reportet wird, dann muss er wieder von vorne anfangen, wenn er das schafft, dann hat er gewonnen Also bist du ne Corona-Schleuder Ja, so ein Lapper, Vogelgrippe Ja, Vogelgrippe, toll Gestartet Jo Ihr seid alle so doof Richtig doof seid ihr Und ich darf nicht mehr auf den Tisch schauen, wenn ich sauer bin, ich hab mir grad wehgetan Ich mag's jetzt erst Na na na, na 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 Da 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 sha Da da na 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 Ich bin die Hausfrau, in ihr Bilsen Oh ne relaxing Was ist los? Was? Wat? Wat? Wat, wat? Wat? Sit Excuse me? What's happened? sched Was mach ich jetzt mit dem Pümpel? Achso. Raus. Okay. Achso, ein Wedel de Wedel de Genoi. Das hast du, hä? Ohne? Nein, 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 nein. Ich muss den Busch stutzen. Hört auf, sonst gibt's Wunden. So. Mach das da vorne. Ja, 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 ja. Hä? Ich kann nix. Warte. Dann. Uuuuh. Nochmal. Hallo. Da lag Küken gefunden. Da lag draußen. Ich bin gerade draußen. Da lag Küken in der Ecke.